Mein Name ist Heigl Patrick, ich arbeite im Demo-Team Europa und darf euch heute den Expert-CVD vorstellen. Einem echten Experten, egal ob auf dem Hof, als Fuhrstraktor oder im kommunalen Einsatz. Eine kompakte Maschine mit Stufenlosgetriebe, einer Viersäulen-Panoramakabine mit höchster Bedienerfreundlichkeit. Expert-CVD gibt es in vier Modellen von 100 bis 140 PS. Hier sehen wir die Kommunalausführung. Hier gehört dazu in den Serienumfang die Nokian Industriebereifung, die signalorange Lackierung, die neueste Technologie an LED, sowohl bei den Arbeitsscheinwerfern als auch bei den Wareneinrichtungen. Und ebenfalls zum Serienumfang gehört der Euro 3 Systemadapter mit Fanghackenmaß Größe 3. Alle Experten CVD haben den bekannten 4,5-Liter-Motor verbaut. Dieser durchzugsstarke und sparsame Vierzylinder-Motor erfüllt die Abgasstufe 5. Erreicht wird das Ganze durch ein patentiertes High SCA2 System. Der Vorteil dieses Systems, es ist wartungsfrei und sehr kompakt in seiner Ausführung. Dadurch ist es uns möglich, dieses System komplett unter der Motorhaube zu installieren und wir verlieren keinen wertvollen Platz für die Sicht auf unsere Anbau-Gerechte. Ein weiteres Highlight bietet unser SControl CVD-Getriebe. Das zeichnet sich nicht nur durch seine Effizienz, sondern auch durch die Einfachheit der Bedienung aus. Zusatzfunktionen wie die aktive Stillstandsregelung oder das S-Break-System sind selbstverständlich. In der kommunalen Ausführung haben wir die Möglichkeit bis zu drei doppelwirkende Steuergeräte und Frontabfälle anzubieten. In der landwirtschaftlichen Ausrüstung gibt es den Experten natürlich mit einem standardmäßigen Frontabwerk. Hier haben wir allerdings die Möglichkeit, das Ganze mit einer elektronischen Geräteentlastung anzubieten. Die Heckhydraulik bietet uns bis zu 5,5 Tonnen maximale Hubkraft. Bei der Zapfwelle stehen uns drei Geschwindigkeiten zur Verfügung mit Eco-Drehzahlen und wahlweise auch mit Wegzapfwelle. Bei den farblich markierten Steuergeräten können wir bis zu vier im Heck aufbauen. Ebenfalls erhältlich ist das Power-Bion-System, um den Anbaugeräten die entsprechende Ölmenge, zur Verfügung zu stellen. Der Expert-CVD ist mit der geräumigen und leisen Viersäulen-Kabine ausgestattet. Mit ihren über fünf Quadratmetern an Glasflecken bietet sie uns den perfekten Rundumblick für unsere Tätigkeit. Neben genügend Ablagefächern bietet sie auch ein neues Kühlfach, um immer kalte Getränke zur Verfügung zu haben. Für den kommunalen Alltag bietet sie uns neben einem vollwertigen Beifahrersitz auch die Möglichkeit, die Heckscheibe, die Frontscheibe und die Spiegel zu heizen. Das hilft uns speziell im Winterdienst. Neu beim Expert-CVD ist auch das Panoramadach. Speziell entwickelt für Frontradarbeiten, um immer das Arbeitsgerät im Blickfeld zu haben. Neu ist auch die rechte Bedienkonsole mit Radio, Klimaanlage und den Arbeitsscheinwerfern. Den perfekten Arbeitsplatz rundet uns die Multicontroller 2-Armlinee ab. Im hinteren Bereich haben wir die ganzen Standardfunktionen, wie Allrad und Sperre zum Beispiel zum Aktivieren. Im vorderen Bereich haben wir hier unseren Joystick für die Hydraulikfunktionen und hier ebenfalls am Joystick haben wir Vorwärts-Rückwärts- und Getriebefunktionen. Expert-CVD. Ein kompakter, universeller Traktor, egal ob Landwirtschaft, Forst oder kommunale Anwendung. Er bietet ein hohes Maß an Komfort, Übersichtlichkeit und Bedienerfreundlichkeit. Steyr. Dein Partner, auf den du dich verlassen kannst. Steyr. Dein Partner, auf den du dich verlassen kannst. Steyr. Dein Partner, auf den du dich verlassen kannst. Steyr. Die verabschiedene, deine Informationenosity werden die denn hier bewegen! Sie hatten uns die, zwei Geräte, emborahege, dass Sie den哈哈哈 als Unmangelierung gebracht haben.